Musik Okay, jetzt geht es. Witamy Państwa, serdecznie jesteśmy u Rafa, na bazie mamy jedną osobę do oczyszczenia szczypów i programów i do laboratorium 17 cywilizacji przybyło przyglądać się co się czyni dla człowieka, jak jesteśmy zaćpani programami. Dobrze i zapraszamy Monika Agnieszka, hasło Czerwiec 2023. Simone przekazuje wizerunek i imiona. Mo, Ni, Ka, Ag, Ni, Esz, Ka. Okay, gut, das ist ein orosz-grüner Planet. Pomarańczowo-zielona Planeta się ukazała. Das sind zwei cywilizacje. Dwie cywilizacje doświadczają, tak? Da ist alles vorhandene. Wszystkie doświadczają, negatywne, pozytywne, neutralne. Dwie galaktyki oddzielają tę planetę od Drogi Mlecznej, ukazała się na stole kryształowym. Okay, der Krystal-tisch, da ist fast schon die hälfte geschlecht. No, mocno zniszczona już o połowę ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okay, auf der rechte Seite am Gehirn ist ein runder chip. Okrągły chip po prawej stronie mózgu ściągnięty. Der ist aktywny. Stres i problemy stwarza ten program. Dann ist ein kwadratowy chip ściągnięty. Der ist nicht aktywny. Dann ist ein ovaler chip ściągnięty. Der ist aktywny. Der hat halt wieder mit genetik fehler zu tun. I podtrzymuje zmiany genetyczne. Dann ist nochmal ein dreieckiger chip da. Trójkąt ściągnięty. Da schallt sich immer wieder aus und an. K Chill- undリumage sens när der rechte Ski-Programm. Der ist aktywny. Das soll halt machen, dass sie sich sehr viel Gedanken um ihren inneren Teilaltraum. Auf der anderen Seite ist ein sechseckiger chip. Der ist nicht aktywny. Dann ist ein ovaler chip da. Der ist auch nicht aktiv. Dann ist ein dreieckiger chip da. Der schallt sich immer wieder aus und an. Und das soll dann halt schlafstörungen vorursachen. Dann ist noch ein kleiner, runder chip da. Der ist aber nicht aktiv. Die Ohren sind frei, in der rechten Auge höhlich ist ein ovaler Chip, der ist nicht aktiv, im Mund auf dem Gaumen ist nochmal ein dreieckiger Chip, der ist nicht aktiv, zwischen den Wirbeln im Nacken liegt ein ovaler Chip, der ist auch nicht aktiv, auf der Schilddrüse ist ein dreieckiger Chip, der schaltet sich immer wieder außen an, wenn die Schilddrüse schweckt, der schlöschte die Schilddrüse ist ein dreieckiger Chip, der ist aktiv, die Muskulatur verspannend und hat die Muskulatur, kurz vor dem Stijlbein auf der Wirbelsäule ist nochmal ein ovaler Chip, Ovalny cip z końcowego kręgu na dole, der probiert sich gerade auch anzuschalten, der soll sich halt auf die Wirbelsäule auswirken. Bis runter zu den Fingern ist nichts, Herz ist frei, Lunge ist frei, Leber ist frei, Aufmerken liegt noch ein runder cip. Der ist aktiv, das soll halt die Funktion stören, Gedärme sind frei, Auf der linken Nieren ist ein ovaler cip, der ist nicht aktiv, Blase ist frei, Gebärmutter, da ist noch ein kleiner dreieckiger cip, der probiert sich auch gerade anzufalten. Und er soll dann halt die Funktion halt stören. Und er soll dann halt die Funktion halt stören. In der linken Hüfte ist ein ovaler cip. Ovalny cip z lewego stawu biodrowego ściągnie. Der ist aktiv und das soll halt allgemein die Gelenke schwächen. Und er soll dann noch ein bisschen auswirken. Die Schweren sind frei, Knie sind frei, bis runter zu dem Fuß, da ist noch mal ein ovaler cip. Auf dem Fußwoll auf der linken Seite. Der ist die Lebe ist auf der linken Hüfte. Der hat sich immer wieder aus und an. Das hat sich immer wieder aus und an. Und er hat sich immer wieder aus und an. Die Aura ist von außen mehr geschwächt wie von denen? Die Aura ist zniszczona von außen. Die Aura ist zniszczona von außen. Gut, ist jetzt wieder komplett. Jetzt kriegt sie ihren Schutz. Ja, sie hat gerade Freuden drin. No, Mausy w oczach siedzi. Ja, wir gehen jetzt alle zusammen. Raphael wskazuje, zaprasza do laboratorium. Zeszła ze stołu. Przechodzą i kładzie się na stole marmurowym. Skans zjechał. Wziął na miarę całego ciała. I pierwszy ukazał się cały szkielet. Cały kręgosłup zniknął. Ukazał się z powrotem. Wszystkie stawy w całym ciele zniknęły. Ukazał się z powrotem. Obdwie szczęki zniknęły. Ukazał się z powrotem. 毓ün auntie. bardzo kompletne Nacken klą MA CIE. muss gut geht es fühlt sich wieder ein die oberschenkel und wagen auch jetzt sind es vier bauchmuskeln ok das fühlt sich auch wieder ein gut jetzt sieht man halt die sehnen und bänder die sehnen und bänder in der händen und füßen sind aufgeblinkt ok das fühlt sich auch wieder ein jetzt sieht man die inneren organe vom Gehirn sind es vier teile wo auf der Blitz sind ok gut das fühlt sich wieder ein jetzt ist das zahnfleisch aufgeblinkt ok das fühlt sich auch wieder ein jetzt sind es zwei lymphknoten ok das fühlt sich wieder ein jetzt ist die schilddrüse aufgeblinkt ok gut das fühlt sich wieder ein jetzt sieht man den kompletten herz kreislauf jetzt ist kompletter kreislauf aber ohne das Herz aufgeblinkt ok das fühlt sich wieder ein ok das fühlt sich wieder ein jetzt ist noch ein Teil von der Leber aufgeblinkt ok das fühlt sich wieder ein 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 jetzt ist jeweils ein Teil von der rechten und linken Nieren aufgeblinkt ok das fühlt sich wieder ein ok das fühlt sich wieder ein jetzt ist die komplette Gebärmutter aufgeblinkt ok das fühlt sich wieder ein ok das fühlt sich auch wieder ein ok das fühlt sich auch wieder ein ok das fühlt sich wieder ein jetzt sieht man halt das Nervensystem das sind sechs Teile Jetzt sieht man das Haut und das Gewebe, das sind fünf Teile, das sind fünf Teile, das fügt sich wieder ein, das Gän ist weggefahren, sie sitzt da, man merkt, sie ist freudig, nervös. Sie sitzt in der Stole und ist glücklich und nervös. Sie diskutieren, sie diskutieren, sie bedanken. Jetzt verabschiedet sie sich und sie geht Richtung Portal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bezdrawiamy Was, zapraszamy Was. Namaste. Vielen Dank. Vielen Dank.